Ich möchte rot! Wir spielen Paintball! Ich bin rot! Dann will ich auch rot sein! Nox möchte auch rot sein! Ihr müsst erst mal den Typen wählen, Rifle. Wir sind Neta Team. Ja, den können wir danach auch noch wählen. Ihr seid alle beide rot gegangen, ne? Ja, wir sind im Neta Team. Gut. Oh, startet ja gleich schon. Neta oder Frost Team. Habe ich noch nie gesagt. Oh, Melonen! Hey Nox, was geht ab? Wow, wenn du die Melonen einsammelst, rennst du voll. Mhm, bin grad bei. Die haben alle so lustige Sachen mit. Ich möchte auch ne Melone. Melone! Oh, da war ein Super Saiyajin gerade. Oh, ich habe lange kein Rainbow mehr geguckt. Das hört sich nach Anfang an. Ja. Vier, drei, zwei, eins, null. Okay. Und wie beschmeiß ich Leute mit Rechtsklick wahrscheinlich wieder, ne? Muss erst mal anfangen, glaube ich, oder? Paintball Rifle. Achso, ja, mit Rechtsklick. Plopp, 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 plopp. Das ist immer ne hübsche Welt hier. Tani, ich bin hinter der Luftgestellung. Voll cool. Ja, ne? Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Eika folgt mir? Sehr schön. Ja. Eika, wir müssen aufpassen. Die sind hier irgendwo. Ich sehe einen! Ich sehe ihn nicht. Warte, ich mach mit. Da, ich sehe seinen Namen. Oh, ich bin auch bei euch. Aber ich sehe sie nicht. Warte, komm Tani, wir müssen weiter vor. Ah, Tani ist schon weiter vorne. Haben wir ihn nicht gleich? Ich beschieße ihn die ganze Zeit. Wow, Tani ist auch weg, oder? Ne. Äh, ja, irgendwie schon. Obwohl ich die ganze Zeit gezielt habe und... Huch, jetzt bin ich da. Äh, bin ich jetzt blau? Wurde aber noch einmal. Wie viel Mal muss man denn getroffen werden? Hä? Ich glaube, bis die ganze Rüstung blau ist. Ich bin tot. Ich bin als einzige nur noch da. Bin gerade aus mir raus? Hä? Moment, das verstehe ich jetzt nicht gerade. Wow. Ich bin tot. Ich bin tot. Wenn du aus dir raus bist, bist du tot. Ach, die Lieder. Ach, die bleiben dann stehen. Ja, die... Ah, dann brauchen wir die Lieder dann gar nicht. Die Lieder... Ja, wir haben... Okay. Ja, wir haben... Ja, wir haben das Spiel verstanden. Jetzt kommen wir nochmal auf. Nochmal rot. Schnell. Rot, 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 rot. Alter. Bin ich im roten Team? Ja. Ja, ja, bist du. Bin ich... Ich nicht. Ich kann nicht... Nein, wir sind zu viele im roten Team. Dann bin ich mal blau. Ne, jetzt bin ich doch im roten Team. Hä? Du bist doch im roten. Jetzt bin ich im roten. Ihm ging das nicht. Oh. Rifle Kit. Aber ich habe als letzte vom roten Team überlebt. Juhu. Guys, use water bombs to not die. Aha. Jaja, kann man auch machen. Huch, wo sind die? Meine Freunde, wir müssen uns konzentrieren. Butterworld! Geiler Name. Geht los. Und jetzt vorpreschen. Die blauen weg. Ach du Scheiße. Eine sehr offene Arena. So eine sehr offene Karte. Alter. Huch. Ach, du siehst sogar wann du komplett raus bist. Wegen dem Leben. Sechs alive. Sieben alive. Schön. Ich trau mich nicht hier weg zu gehen. Scheiße. So ein Arsch. Ey, ich kann nicht. Ah. Angreifen. Nein. Bin ich schon tot? Ich bin, ja Tandi, du bist tot. Oh. Ich bin auch schon tot. Es geht zu schnell, ne? Ja, ne? Ich bin schon wieder nicht gewonnen. Boah, schon wieder vorbei. Ja, nochmal. Komm, nochmal. Es geht so. Rot, 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 rot. Leif mich im roten Team. Ich glaube, que que que. Que que. Que que. Ich werde rot. Werde rot. Also ich bin im roten Team. Jetzt bin ich rot. Bin que que im roten Team. Ich bin viel zu schnell. Das ist zu schnell. Mir geht die Runde immer viel zu schnell. Kann gar nicht taktisch vorgehen. Ja, ne? Aber die andere Karte fand ich gerade besser. Die zweite war nicht so. Es war viel zu offen. Ja. Oh, was ist das? Oh, ne. Das ist auch so eine offene Karte. Wie benutzt man denn die Wasserbomben? Einfach werfen? Steak, würde ich sagen. Die Frage ist, auf wen? Auf uns oder auf die? Ach, auf die, ne? Da ist Farbe drin, ne? Ja, klar. Ich spring hier einfach und schieße, ey. Wie dämlich ist das denn? Nox! Ah! Ich bin hinter dir. Das war ne Drohung. Nein, keine Ahnung. Alter. Ich will den töten. Wo? Ach so. Was bewirken die Wasserflaschen? Die färben, glaube ich, alles in blau. Also in rot bei uns. Alter. So viel blau. Uah! Wow! Nein! Oh, ich habe einen getroffen. Aber jetzt hat er mich auch getroffen. Aber immerhin habe ich auch mal einen getroffen. Tani ist die einzige, die noch lebt. Ah, hat sich gerade erledigt. Wir sollten mal ins blaue Team gehen. Lass mal ins blaue Team. Ja, irgendwie sind die nicht so nubig wie wir. Hier. Hier. Lass mal ins blaue Team gehen. Und dann verdirrt das blaue Team. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ach schön. Seid ihr alle drin? Ja. Warte? So. Jetzt werde ich das blaue Team. Wir werden sie ins Verderben stürzen. Ja. Voll gut. Ins Verderben stürzen. So. Ja. Hockländer. So. Also, ich bin blau. Ich weiß ja nicht, was ihr habt. Ich bin auch blau. Bin auch blau. Naika, bist du... Jetzt ist gar nicht Naika. Was? Ich dachte eben ein bisschen flirten, aber das war eine andere. So. Also... Max! Maxi! Ich renn weg. Maxi! Ich würde oft wegrennen wenn ich eine Sekunde komme. Ich begehe dir erstmal Selbstmord. Wie du an den Klippenstands sind so sehensüchtig runtergesehen haben. Maxi, das war gemeint von dir. Oh, guck mal, ich habe jetzt aber 100 Gems bekommen. Oh nein, sie kommt! Ah. Nein, nein, nein. Ich weiß, dass du wieder aufklaugst. Oh, es geht gleich los, Leute. Wir sind zwei Batmans. Hallo, es geht los. Endlich. Welche Richtung ist es? Oh, Tani, du bist in den E-Meter. Tani, ist ja zu dumm, ne? Da stehen sie schon. Wer steht wo? Deine Mutter steht da irgendwo. Meine Mutter steht nirgendwo. Deine Mutter spielt kein Minecraft. Ne. Boah, ey, ich spiel mal Minecraft. Meine Mama weiß gar nicht, was Minecraft ist, ne? Was? Du weißt nicht, was Minecraft ist? Alter. Oh, ran, 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 ran. Ach nee, das ist ja... Komm her, du Penis. Komm her, komm her, komm her. Ich glaube, mit so einer Wasserflasche kann das sein, dass man damit Leute wieder beleben kann. Scheiße. Das kann natürlich sein. So waschen, oder wie? Ja, ich hab einen getroffen. Ja, weil ich meine, hier oben, hier waren gerade zwei... Fuck you, Arsch, Naika, bist du irgendwo in der Nähe? Ich brauch ne Wasserflasche. Ne, ich bin tot. Nox! So, ach, man kann sich selber wieder beleben. Echt? Wie? Oh Gott. Ja, das geht. Auf den Boden schmeißen. Wasserflasche auf dich schmeißen. Das kann ich aber nicht, ich kann die nicht werfen. Doch, mit rechts, Nick. Ne, ich kann die nicht werfen, wenn ich tot bin. Ach, wenn du tot bist. Ja, ihr sagt doch, wenn... Tani meinte doch, man kann sich wieder beleben. Wenn du angefärbt bist. Ach so, ich weiß nicht, wann ich angefärbt bin. Kommt her, ihr Roten, kommt her, wo ist die Dicke? Ihr habt ja noch gelebt. Deine Mutter hat noch gelebt. Unser Team hat gewonnen. Yay! So viel zu, dass das blaue Team gewinnt. Nochmal blau. Schnell. Oh nein, die sind schon voll viele. Seid ihr alle blau? Ja. Komm! Jetzt bin ich blau. Ja, ich bin auch blau. Naika ist blau. Tani ist blau, ja. Ihr seid immer blau! Schon Kit ausgewählt, Tani? Bist du immer Riffel? Nee. Du bist immer Riffel. Du bist nicht bei mir da. Bei mir stand erst ein Non. Kennst du auch die Riffelchips? Oh, die sind immer rücker. Oh, Wald. Hi, Tani. Tani! Wo seid ihr? Direkt neben dir. Ich hab's nicht gesehen. Du Onk. Das sieht irgendwie so ein bisschen an Cube Land angelehnt aus. Ja. World meinst du noch? Äh, Cube World. Cube Land. Uh. Oh, du Penis. Ah, lass mich in Ruhe. Ein. Buh. Jetzt wollte ich dich heilen. Oh. Jetzt geht's nicht mehr. Du warst schon zu weit von mir weg. Schade. Da oben. Bist du tot? Ja. Oh, scheiße. Oh, die Roten scheinen zu gewinnen. Ich bin echt immer zu langsam. Nux, du schaffst das. Huch. Wann bin ich jetzt? Achso. Achso, ich wurde wiederbelebt. Geil. Oh, jetzt bin ich direkt wieder tot, oder was? Sind denn hier noch welche, die ich wiederbeleben kann, bitte? Der ist nicht übernommen. Seid ihr noch da? Tanni, ich seh dich. Ah, scheiße. Ich kann das nicht mehr werfen mit rechts. Nur noch einer, nur noch einer, nur noch einer. Ich kann dieses Ding nicht werfen. Ist doch egal. Ich will Tanni wiederbeleben. Wofür hab ich denn das denn? Achso. Ich weiß jetzt noch, wer lebt und, äh... Scheiße. Da guck, der konnte das. Wann kann ich denn nicht werfen? Ich kann das nur treten. Tanni lebt wieder. Tanni lebt wieder. Ja, ich weiß, weil ein anderer die, äh... wiederbelebt hat mit so einer Flasche. Ich weiß nicht, warum du die nicht werfen kannst. Das ärgert mich. Ich kann doch nicht schießen. Ich kann gar nichts machen. Alter, jetzt lebt nur noch einer von uns. Das war's. Ja, ich bin doch... Die beleben die alle wieder, die Roten. Mama. Nochmal. Ja, würde ich auch so sagen. Tanni, ist auch noch da? Ja. Wir sollten vielleicht alle drei zusammenbleiben. Ja. Welches Team? Ah, blau. Das wird eine Super-Special-Folge-Paintball. Das ist ewig zu sagen. Aber man kriegt voll viele Punkte dadurch, ne? Ja. Aber ich hab jetzt schon 3100. Gerade hatte ich noch 2008. Ich hab 7078. Hier sind's genackt. Am Anfang hatte ich 5000. Und... Las geht's! Na, Noxie! Hallo! Hi Tanni! Oh, die Map schon wieder. Oh, Nox, ich bin hinter dir. Die Map schon wieder. Also die Flaschen nur zum Wiederbeleben verwenden, ne? Ja. Haben wir jetzt gelernt. Ja. 3 Stück haben wir. Durchlaufen Noxner. Boah, wie die Rot einfach schon losschießen. Hallo! Kannst du auch? Guck! Guck! Ich kann auch schießen! Na, 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 na. Alter. Alter. Alter, die treffen sogar gar nicht so schlecht damit. Gerne. Alter, der hat mich mit einem Schlag rausgehauen! Alter, ja, mich auch. Die können so voll viel auf einmal schießen. Das find ich voll unfing. Verdammt. Da kämmt jemand in unserer Base. Wie langweilig ist das denn? Also jemand von uns kämmt in unserer Base. Die Roten gewinnen. Es ist nur noch einer von uns da und der kämmt in der Base. Ne, der ist jetzt gerade rausgekommen. Ah, der verliert. Der wird jetzt von allen Seiten beschossen. Ich will auch viele schießen. Sollen wir uns mal auch so ein super Ding holen? Ja, lass uns einfach mal sowas kaufen. Wir haben ja genug Games. Wie viele habe ich denn jetzt? Erstmal ins Team. 120. Stimmt. Welches? Blau, ne? Blau, 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 blau. Komm, welches nehmen wir denn? Maschinengun oder Shotgun? Ich denke mal, Shotgun kann viele schießen. Wir können nur Shotgun, ja. Wie kann ich das denn kaufen? Hä? Wie macht man das denn? Okay, du musst das grüne Ding nehmen. Okay. Dann will ich jetzt Shotgun sein, so. Right click to use Shotgun. So. Wow. Bin ich gespannt. Jetzt können wir nur nicht so weit schießen, ne? Naja, aber wir können Flächenangriff machen. Hm, hat bei mir nicht ganz so geklappt. Schade. Scheiße. Da kommen voll viele. Ja. Da kam so ein Fledermausgeräusch. Ja, ich hab's gehört. Ja, ich hab einen gebrachten. Ich bin tot. Oh. Los, belebe mich wieder. Du, dein Tani. Du, der neben mir steht. Nein, da ist einer. Ah. Wir haben ihn. Super, Tani. Wo sind die alle? Hi, Tani. Da hinten. Hier ist einer. Verdammt, jetzt müsste ich für einmal wieder belebt werden. Wo wir, wenn ich weiß, wo du bist, aber hier sind ganz viele Rote. Ich bin in der Nähe von einem Roten. Ah, jetzt bin ich auch tot. Der Lock ist gerade an mir vorbeigerannt. Ah, nein. Ich hatte jemand rausgehauen. Hä? Bin ich tot? Achtung, die heilen die. Achtung, die heilen die ganz viel. Ja, ich hab auch schon. Ich hab so viele abgeschossen. Einer lebt noch, so. Ja, jetzt bin ich auch wieder. Alter, die sind voll die Cheater mit bei. Gar nicht. Mano. Die halten nur besser zusammen. Nochmal die Shotgun. Ja, klar. Du musst ja nur einmal bezahlen, dann kannst du es immer wieder. immer benutzen. Echt? Das ist cool. Ich hoffe, der Server wird gleich nicht geleert. Weil die haben immer so einen Free-Countdown. Ach, warte mal. Kann man das dann generell immer, wenn du auf den Server kommst, benutzen? Ja. Oder nur für die Runde? Nee, nee, das ist immer. Weil ich hatte ja auch noch Games von vorher. Und ich hab ja auch noch den Hund, den ich mir vorher gekauft hab. Dann würde ich mir bei dem einen, was wir vorhin gespielt haben, diesen Smash-Mobs oder so, würde ich mir als Huhn holen. Sparen wir auf die Hühner. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder sparen. Ich hab ja nur noch Haus. Achtung, blaues Team. Wo sind denn die? Äh. Und schnell wie unsere... Ach jo, jetzt kann ich das nehmen. Ja, ja, das ist nur einmalig. Cool. Ich möchte ins blaue, die... Wo kriegt man denn Speed 2? Wo kriegt man Coins her? Coins? Ja, für Pets. Du hast ja Pets mal gekrabt. Kann man die nicht auch mit Games holen? Ja. 500 brauchst du, glaub ich, nur dafür. Ja, ist nicht so teuer. Okay. Jetzt hab ich auch eine schon. Hey, Tannin! Ach, du hattest gerade gar keine? Nee. So, die sind voll krass, wenn du davor stehst. Einmal so... Voll weg. Die schießen schon von voll weit weg. Das mach ich jetzt auch. So. Damit der Shot kann... Einfach in der Luft. Ja! Ich hab Angst. Ich auch. Der ist einer auf dem Dach. Nein, 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 nein. Wie konnte das passieren? Ich bin hier. Ja, ich hab mich hier im Haus versteckt und dann wurde ich getroffen. Oh! Ah! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Passt auf! Jetzt hab ich ihn umgebracht. Die sind alle auf den Dächern. Nein, ich hab ihn noch getroffen. Ah! So, jeden blauen, den ich finde, den wieder belebe ich auch. Butterworld und... Oh. Achtung, Achtung! Ja, los! Los, belebe mich wieder! Wo bist du? Halleluja! Ja, du bist wieder belebt. Oh, ich bin wieder belebt. Cool. Ich weiß nicht, wo die roten sind. Ich trau mich nicht. Huch, das ist ein... Einer rennt auf den Dächern rum. Ja. Es sind aber nur noch zwei. Tani, ich seh dich. Tani, hast du zusammenlaufen? Jetzt sind es drei. Da! 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 Tani! Tani, sie kommen wieder! Die haben sich wieder belebt. Ach, scheiße! Ich bräuchte mal jemanden. Ja, ich bin da. Warte. Wo bist du? Ach, du hast schon jemanden. Ja. Ich hab schon Bimbo gefunden. Alter, woher? Ach, hier ist noch einer. Warte mal. Ich kann wieder nicht werfen. Aber ich bin auch diesmal nicht tot. Bleib mich wieder. Bist du, Nox? Ich kann das nicht werfen. Schon wieder. Ja, da steht ein Blauer direkt neben mir und der belebt mich nicht wieder. Ach so, es war schon vorbei gerade. Ach so. Ähm, gerade weil ich dich wiederbeleben wollte und die Hände spielen. Blau, blau, blau. Blau, 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 blau. Das macht voll Spaß irgendwie, ne? Ja. So. Einfach nur so ein Shooter in Minecraft. So. Ich finde das voll krass, wozu Minecraft alles fähig ist, so mehr oder weniger. Ja, ne? Was die Community daraus gemacht hat, ist einfach... Hat einer Musik angemacht. Ja, hier ist die Jukebox. Tötet sie. Ich hoffe, euch gefällt das und ihr guckt immer noch zu. Ich werde das natürlich in mehrere Part schneiden. Hoffe ich. Erstmal in die Luft schießen, ne? Ja, ja. So die anderen das machen. Ganz, ganz synchron. Plopp. Passt auf, ne? Es könnte von oben jederzeit jemand kommen. Äh. Da, da steht, da. Ich hab ja mein Gesinn. Oh. Wer geht denn hier alleine? Nox. Warum gehst du alleine? Da ist einer! Scheiße, ich bin tot. Hilfe! Oh, ich hab einen getroffen, glaube ich. Ein dead! Weiß ich das? Ne. Du hast ihn getroffen. Nox. Bin tot. Hilfe. Wo bist du denn? Beschreib mal die... Ja, bei Blöcken? Scheiße. Ich bin beim Brunnen in der Mitte. Da, Pili. Äh, ich bin... Ja, wie soll ich das beschreiben? Wir sind Blut aus, Team, ne? Nox, 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 Nox! Komm in meine Idee! Die andere Richtung, andere Richtung. Oh, ich bin wiederbeerlebt. Danke. Wie auch immer das war. Ich hab dich versucht, wiederzubeleben, aber ich hab dich nicht gefunden. Ich hab aus Versehen zwei geworfen. Ey, wir haben gewonnen. Cool. Wir haben auch so viel gerade getan dafür. Also, ich hab nie gezwungen. Ich hab zwei umgebracht. Ich hab auch mehrere umgebracht. Ich find das voll cool. Einfach nur, dass ich die verkaufe. Lau! Ja komm, gleich wird's langweilig, ne? Nein. Noch eine Runde. Man kriegt ein, ein... Was war das? Ich muss jetzt nochmal lesen. Was stand hier? Plus one game every game. Ich bin leider rot geworden. Oh, jetzt hab ich RTT. Ist egal. Ja, ist auch mal spannend. Ja, dann gehen wir halt mal gegeneinander. Dabei fehlt doch ein Spieler. Hä, jetzt hab ich beide Farben stehen. Oh, Tani, du bist bei uns. Jo. Äh, hier können wir nicht in die Luft schießen. Oh, die Map ist sehr offen. Oh, ich muss mich mal hier ein bisschen verstecken. Oh, oh. Was machen denn die Bats? Können die irgendwie spionieren oder so? Ah, Tani, das ist gefährlich. Ja. Hier ist einer. Ich lauf mal mit dem mit. Haha, ihr seid schon tot. Die Kratrat und so. Oh, Alter. Hast du noch ein roter? Ja, ich hab den gerade gesehen. Ja, er ist tot. Ja? Oh, wir haben schon wieder gewonnen. Geht voll schnell. Hey! Hey! So eine verwinkelte Map wäre mal cool. Ja, ne? Jetzt, wo wir Rose sind, können wir auch mal was anderes spielen. Nö, eine Runde noch. Okay, eine Runde nach und dann spielen wir mal was anderes. Blau oder Rot? Blau, jetzt blau. Ich bin auch blau. Doch gar nicht. Jetzt bin ich blau, jetzt muss ich nur meine Schocker holen. Hey, es war schon so. Jetzt ist es auch schlau, muss ich eine Schocker an. Wir warten immer noch um Spielern, ne? Ähm, der hast nicht gerade du gespawnt, oder? Nee. Irgendeiner neben mir hat die gespawnt. Nein! Was? Bist du rausgeflogen? Oh, du hast gequittet. Hast Nox jetzt eine Quitte? Ja, Nox ist eine Quitte. Nox, hier kommst du wieder? Ich glaub, der hört uns nicht. Ja, ich glaub auch. Scheiße. Ja, dann spielen wir halt alleine. Doch, ich hör euch, aber ich weiß nicht, in welchem Server seid ihr. Auf Nummer 8? Aber in welchem Spielraum, das ist das Problem. Ja, das musst du doch wissen. Wir sind voll, es geht jetzt gar nicht los. Oh nein, Nox. Bin ich dir nicht mehr gut genug? Na ja, dann warte ich kurz in der Lobby. Hier ist wieder die mit den Bäumen. Dann ist das ja auch der ideale Zeitpunkt, was anderes zu spielen. Oh. Hauptsache, ich kann ins... Ich springe hier voll ins Wasser. Oh, Jule. Da! Sie kommen! Oh mein Gott! Tu mal wieder ganz vorne an, und dann wurde das nicht so gut ist. Nein, da ist einer. Oh, die kommt von hinten! Ja, sie kommt von hinten! Ja, ich bin getroffen. Ich möchte einmal eine Wiederbelebung. Ja, ich auch. Ich stehe direkt neben dir. Also nicht direkt, sondern... Ich glaub, wir haben verloren. Da ist nur noch einer von uns am Leben. Nox, es ist alles deine Schuld, weil du nicht da bist. Ja, ja. Ja, ja, ich leck mich am Arsch. Ich kann auch keinen anderen wiederbeleben. Ja, toll, da ist wieder so ein Camper. Sehr ruhig. Wir haben ihn eh gefunden. Ja. Das war's. Okay, dann verabschiede ich mich, und wir sehen uns im nächsten Spiel. So. Warte mal.